was geht ableitung hier schaut mal aus unserer telegram gruppe ein paar der zuschauer waren bei tati essen richtig korrekt man kurz geht raus das hat geschrieben sehr geil freundin danke euch richtig richtig geil ich bin ab nochmal hängen geblieben auf tokio avengers ich brauche noch 50 chapter also ich komme nicht los man ich muss eigentlich raus bisschen was drehen vor dem blog mäßig weil wenn ich nicht raus geht dann vermissen wir verpassen wir einen tag und wir sind glaube ich schon eineinhalb monate am start mit den blogs ja ich komme nicht los von diesem manga der ist zu heftig man ich muss jetzt glaube ich echt los man hatte ich war so ich bin so süchtig nach dem manga ich bin echt nicht losgekommen ich bin dann einfach aufgestanden und rausgegangen ohne ziel ohne sinn nur mir jetzt hier was zu essen ich habe vor allem bock die hatten hier auch im angebot also ich habe hier schon mal wagen geholt und wagen und wagen sushi die hat auch eine frühlingsrolle aber momentan das war die ausverkauf deswegen habe ich mir eine bentobox geholt und bisschen irgendwas noch eine nebenspeise übrigens krasse location hier für hongsturmann ich habe vergessen dass man auch dort fort essen kann richtig verplant was haben wir denn hier soft shell irgendwas irgendwas krabbenkampfleisch wie wir hier letztes mal auch gegessen haben genau da wurden wir auch angestarrt von so einem typen dieser ort ist magisch dass leute uns ansterren ja schön ich stimme softball im ding noch im, wie heißt das, mit dem Panzer? Der Laden ist echt klasse. Locationwechsel. Ist ein bisschen zu wendig da geworden, beim Durchgang. Doch nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Und gleich da hinten ist dieser eine Bubble-Teal an, der länger zu hatte. Wo ich letztens so einen Überklassen, richtig Überklassen-Bubble-Teal geholt habe. Da haben wir ernst viele gefragt, die Jochen, was war das, Mann? Wie hieß der und so? Digga, wusste ich selber nicht, aber der hatte. Der hatte, der hatte einfach alles. Das war eine ganze Mahlzeit schon. Das ist ein kleiner Salat. Und das ist das Bento. Es gibt nicht wie Bento-Box, wie in Japan, so in schwarz, mit den verschiedenen Komponenten und so. Aber so sieht es aus. Ein bisschen wenig Gemüse, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Das ist noch nicht gesund. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Chicken Karage. Sehr lecker! Update! Digga, dieses Chicken ist krank! Anders saftig, Mann. Oh mein Gott, peinlich. achte wie saftig das ist man das ist der hammer mein gott war das saftig man kann ich echt nur empfehlen fünf von fünf sterne nein ich bin nicht bubble tea süchtig ich habe mir den geholt weil ich eh schon da war weil die der laden die verkaufen auch andere sachen da habe ich auch die scharfen nudeln her ok mittlerweile gibt es die echt überall die scharfen nudeln aber damals vor fast einem jahr dreiviertel jahr wo wir das gemacht haben nicht überall und die hatten auch so was hier irgendein crazy japanese getränk habe ich natürlich jede sorte geholt die sie da hatten und wie gesagt dann habe ich mir gleich dass ihr mit gewöhnt aber bin gespannt das wird nicht heute getestet vielleicht morgen oder so muss jetzt immer noch den blog von gestern für heute drehen habe ich nicht gemacht weil ich diesen manga gesuchtet habe man mein gott ich lese jetzt noch ein paar kapitel nur ein paar leute ok nur ein paar und dann schneide ich das video können wir bubble tea lese ein paar kapitel und hoffentlich schneide ich dann noch das video so ich habe gerade ein paar kollegen bei mir mit dem kleinen wunschung geholfen einem regal das war ein heftiges regal und jetzt unten im hausführer gibt es dvds umsonst die kollegen meint die an der das ist doch eh noch mal aber hey dvd ist aber hier ist ja was geil ist dabei so alles im unterland krass der hobbit oh der high school musical oh mein gott high school musical 1 und 2 oh mein gott how i met your mother season 7 boah alter ich habe endlich tokyo revengers zu ende gelesen ich weiß nicht ob das das ende war also das letzte kapitel kam am 12.5 es könnte ein ende gewesen boah ihr müsst es lesen mann zu krass so viele mindfucks es könnte das ende gewesen sein es könnte einfach noch ein chapter kommen ich weiß nicht was ich sagen soll das war's von mir leute ihr wisst bestimmt gerne like kommentar abo checkt die videos ab folgt uns auf instagram und twitch hier den freitag sind wir live ansonsten natürlich immer fleißig in bitcoin und defil investieren cash flow leute und serious business ciao